Ach, jetzt darf ich healern. So ist das. Ich bin runterfällt. Verfolge Ihr Signal! Hier längs. Ja! Muss ich vielleicht... Verfolge Ihr Signal! Ja, jetzt versuche ich mal mit springen. Wäre vielleicht mal vorher dran gewesen. Ja! Du? Ähm... Boah, Alter! Äh... Wo längs? Hier längs. Ich sehe Sie! Jessica! Halt! Jessica! Mist! Heirodebuta! Wot-damm! Sch**' Scheiße! Scheiße! Boah, Alter! Puh, ein Kack, Alter! Boah, das gibt's nicht! Und das für eine Schlampe, ich hält ja nichts aus hier! Er hat zwei geile Titten, aber mehr auch nicht! Ihr habt das Recht zu sterben und einen Anwalt könnt ihr vergessen! Was ist da los, Emma? Halt, geht ihr nach! Wo bist du? Ich verliere sie! Sie muss irgendwo bei euch sein! Du bist tot! Erfolge ihr Signal! Unfall, kein L Lock! Wut? Ja! Oh, wer soll das jetzt gehen? Ihr LIFE KNOWLED! Das ist noch Aim für heute. Das war wohl der letzte. So ein Kack. Wenn wir dich nicht decken würden, wärst du schon durchlöchert. Ich glaube, das war der letzte. Bäh, meinst du? Hast du Alvarez gesehen? Zum Teufel mit ihm. Ich verfolge Jess. Sie ist über die Feuerleiter. Oh, ne Junge. Da ist Alvarez auch lang. Schnell. Hallo? Das gibt's nicht. Das nenne ich Rechtsprechung. Alter. Hallo? Vorsicht! Hul! Lass mich umgehauen. Steh auf! Mal nachwarnen. Hey, Kio Kio, zeig dich! Was ist mit dem hier? Vorsicht, geh in Deckung! Junge! Hijo de puta! Na! Na! Evans! Hast du Alvarez gesehen? Zum Teufel mit ihm! Ich verfolge Jess! Sie ist über die... Da ist Alvarez auch lang! Schnell! Oh! Ah! Zone! Entdeckungseiten! Scheiß! Komm raus, Fischlinge! Hey, nee, das passt mir gar nicht hier. Was ist denn das? Uppala! Lass mich nicht hier aus! Hey, Kavron! Wechsel! Habt euch den Weisberg genug! Schott da! Wir erwischt! So! Sind wir fertig? Bring deinen Hintern in Deckung! Vorne! Los, 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 los! In Deckung! Das ist ein Verletz! Mach' nicht die Kacke! Mach' nicht die Kacke! Mach' nicht die Kacke! Oh, weghellen, ne? Dieses Auge, das will ich klauen. Was ist der Pich? Hier ist noch jemand. Na, glaubst du, was du da machst? Komm mal, was hier klaut. Oh, Alter. Ey, hast du nur den weh, das ist mir ein Kack. Ist er jetzt tot oder nicht? Oder was ist? Scheiße! Ist komplett leer. Ja, das scheiß Ding. Hier sind auch nur noch vier Schuss. Das heißt, ich muss gleich echt mit dem Scharfschützengewähl machen. Es ist alles leer. Jetzt habe ich nur noch das Scharfschützengewähl. Das ist ja vielleicht scheiße. Das ist ja echt kacke. Das gefällt mir gar nicht. Boah, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, einfach das Maul. Ich gehe gleich mal hier lang. Und vielleicht kriege ich durch Zufall Munition, aber ich weiß ja nicht. Also langsam wird es eng hier. Ich gehe gleich mal hier lang. Äh, hallo? Schückel. Geht von rechts ran! mei ich glaube wir haben was macht sie denn sucht doch hier zum ausgang ich bin doch hier was ist passiert hatte doch nie wie im blick aber irgendwas ist schiefgegangen alles was du tun musstest war die umgebung zu sichern hast du den schlüssel wenn ja hätte ich es gesagt hast du ihn durchsucht ich sag dir doch er hatte keinen verdammten schlüssel und wir hätten nie heraus für wen oder warum weil ihm jemand dank die eine kugel in den verdammten schädel gejagt hat hängst nicht mir an wir waren alle einer meinung wenigstens wissen wir jetzt wo die undichte stelle ist wir wissen einen scheiß ok wir haben es versaut das wichtigste ist dass wir das mädchen vor alvarez finden wir setzen uns jetzt alle ans telefon und rufen jeden spitzel an den wir kennen wir haben nicht viel zeit und redet nicht mehr mit eurem vorgesetzten ich traue weder dixon waters noch sonst wem wir reden mit niemandem scharf schützengewehr alle das ist ja richtig kacke ohne kack richtig kacke ohne kack jetzt